Komm mal her. Und jetzt drücken wir hier den Knopf. Und zack. Und jetzt muss eigentlich irgendwo ein Zug kommen. Du musst ein bisschen weiter weg gehen. Dana, gehst du den Zug? Ein bisschen weiter weg. Wie ist denn der Zug da vorne? Der kommt gerade. Der kommt gerade auf die Autos dazu. Oh mein Gott. Kommt wo denn? Von rechts. Guck von rechts, der kommt. Der fährt direkt auf die Autos. Dana, pass auf, nicht davor gehen. Ah. Oh, oh. Alter. Was war das denn? Wo bist du hingeflogen? Hier fress ich auf. Hey, Dana.